Ich habe Informationen zu den Polizistenmorden. Was ist Ihnen lieber, sieben oder acht? Acht. Acht, in Ordnung. Acht was? Ich muss noch acht Bullen töten. Irgendein Irrer ermordet Polizisten und hat gerade erst angefangen. Braucht ihr Hilfe? Verfiss dich, Alter. Stress kriegen? Hallöchen, Bulle. Polizist angeschossen. Geben Sie mir nochmal die Beschreibung. Wollen Sie nichts notieren? Sehe ich aus, als hätte ich einen Stift bei mir. Er dreht uns immer den Rücken zu. Er weiß, wo die Kamera steht. Ich kenne niemanden, klar? In der Wohnung im 16. Stopp finden Sie den Bullen Nummer 3. Ich habe einen Namen. Ja, Blitz. Wie ein Blitzkrieg. Scheißkerl. Es wurde wieder ein Polizist umgebracht. Wenn wir uns selbst nicht schützen können, was sind wir dann wert? Der Killer hat es auf dieses Revier abgesehen. Ich weiß, was hier läuft. An alle Einheiten. Alleingang von Brand verhindert. Keine Beteiligung von Brand bei Zugriff. Brand verfolgt ihn noch. Sie konnten das Schwein nicht mit dem üblichen Vorgehen erwischen. Ich will diese Unterhaltung nicht fortsetzen. Sie geht in die falsche Richtung. Du kannst mich nicht umbringen. Schwein! Tun Sie es nicht rein! Hör mich! Wir wissen, was passiert, wenn man solche Typen verarscht. Ich weiß, ich werde der Nächste sein. Ich gebe euch einen Rat. Wenn ihr euch mit dem Falschen anlegt, dann mit der richtigen Waffe. Man nennt es Widerstand gegen die Staatsgewalt. Ich will einen Anwalt und ein Sandwich. Oh, und ich will ein Update von meinem Facebook-Status. Ich will einen Anwalt und ein Sandwich.